Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um dieses Haustelefon, was ich hier bei mir in der Wohnung dran habe. Das sieht auch nicht mehr schön aus und der eigentliche Hauptgrund, warum ich das neu machen möchte, ist, weil es funktioniert nicht richtig. Also es ist wirklich so, dass manchmal mich jemand nicht hört und manchmal höre ich denjenigen hier unten nicht. Meine Nachbarn haben das Problem aber nicht, also kann es nur am Telefon liegen. Ich habe natürlich auch schon der Hausverwaltung Bescheid gesagt, aber naja, sagen wir mal nichts dazu. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues gekauft. A, sieht das auch noch cooler aus, ein bisschen moderner als das jetzt. Und ich habe hierbei einen riesengroßen Vorteil, denn ich kann hier den Ton leise stellen, beziehungsweise sogar ganz komplett ausschalten. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung und nach dem Intro geht es los. Als allererstes werden wir das Teil mal auspacken und gucken, was da alles so drin ist. Und danach werden wir natürlich erstmal anfangen, das alte eben abzubauen. Da gebe ich euch auch gleich noch den ein oder anderen Tipp, wie ihr das am besten machen könnt. Denn es macht Sinn, ja, ich sag mal, dreimal auf Sicherheit zu gehen. Also am besten ein Foto machen von der Verkabelung, aber auch vielleicht noch ein bisschen was abschneiden. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich, wenn das Teil abgebaut ist. Jetzt werden wir erstmal, hier ist auch noch eine schöne, wunderschöne Bedienungsanleitung. Das wird das Ganze nochmal ein bisschen einfacher machen, weil das ganze Teil muss, also das kann man alles Plug and Play tauschen, das ist nicht das Problem. Trotzdem muss man so ein bisschen auf die Verkabelung achten, weil bei den Neueren oder bei dem Alten ist es ein bisschen anders angeschlossen als bei dem Neuen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Aber ihr seht schon, wir haben hier alles einzeln und das finde ich richtig, richtig gut. Genauso wie das Ding hier, wir können das hier abnehmen und das Teil beiseite packen. Und wir müssen später nur noch dieses Teil anbringen, die Kabel anschließen. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig, weil dann brauchen wir nur noch alles aufstecken, beziehungsweise das Kabel anstecken. Gut, ihr seht das schon mal, das heißt, wir sehen aber auch, dass wir wahrscheinlich Löcher bohren müssen, obwohl nie, warte mal. Doch, ich glaube, ich muss neue Löcher bohren. Nein, das werden wir gleich sehen. Auf alle Fälle werden wir jetzt erst mal das alte abbauen. Und dazu hatte ich eigentlich einen kleinen Schraubzieher. Denn ihr müsst wie mich hier reingehen und hier hinter ist eine Schraube. Die konnte man schon gar nicht mehr richtig festdrehen. Also ich wette, da hat schon mal jemand dran rumgespielt. Also ich habe das natürlich vorher auch schon mal aufgehabt, als ich hier irgendwann eingezogen bin. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen dichter rangeholt. Jetzt könnt ihr sozusagen schon mal den kompletten Aufbau sehen. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Wenn nicht, werde ich euch irgendwie ein Foto einblenden. Und Foto ist letztendlich auch schon gleich das Sprichwort. Wir werden mal hier kurz die Box wegklappen. Und wir machen jetzt als allererstes, bevor wir da irgendein Kabel abmontieren oder irgendwas machen, werden wir mal ein, zwei Fotos machen. Und zwar am besten so genau wie möglich. Und so dicht wie möglich, damit man auch wirklich später die Farben erkennen kann, wo was eben angeschlossen werden muss. Ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich blende euch zur Not die Fotos ein, die, wenn ihr das jetzt nicht gut erkennen könnt, aber das sehe ich eben erst später auf dem PC. Mein zweiter Tipp, wie vorhin schon kurz erwähnt, ist aber nicht nur, dass ihr jetzt hier ein Foto von macht, sondern auch, ihr seht, wir haben hier zum Beispiel ein weißes Kabel. Hier ist auch noch ein weiteres weißes Kabel, was hier angeschlossen ist. Das ist keine Brücke. Und hier ist sogar noch ein drittes weißes Kabel. Wobei, das hier hat einen anderen Farbton. Das geht so ein bisschen ins Dunkelweiß, sage ich mal. So einen leichten Grauton vielleicht. Aber wie gesagt, die beiden haben wirklich definitiv beide die gleiche weiße Farbe. Da werden wir uns jetzt kleine Markierungen mit einem schwarzen Edding ran machen. Also ein Ring, zwei Ringe und da hat das Ding vielleicht drei Ringe, damit wir eben genau wissen, welches welches ist. Das machen wir jetzt. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir nochmal ein Foto. Ich werde jetzt alle Kabel mit einem Seitenschneider ganz leicht unter der Kante hier abschneiden. Zack, dass ich eben sozusagen bei dem alten immer noch die Belegung dran habe. Ich weiß ja, auf dem Foto kann ich ja sehen, dass der eine hier nach oben geht. Das heißt, später sehe ich dann auf dem Foto oder in Kombination mit Foto und dem alten Belegung hier nochmal, wo die eben genau angeschlossen gewesen sind. Und das mache ich jetzt mal und knippe es erstmal alle ab. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen aufgesplittet. Und zwar die Kabel, die hier sowieso schon nicht angeschlossen gewesen sind, weil hier kommt ja auch nochmal blau vor und weiß vor und so weiter und so fort. Deswegen habe ich die jetzt erstmal hier beiseite gepackt oder extra so ein bisschen rumgebündelt. Und die sind dann später die Kabel, die ich eben wieder anschließen muss. Allerdings haben wir jetzt ein Problem, denn die Kabel sind genau hinter diesen Platinen. Achso, noch eine Sache. Dadurch, dass ich das jetzt hier abgeschnitten habe und einfach später durch die Belegung ja wieder anbauen könnte, weil ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich hier später ausziehe, kommt das alte wieder dran, weil ich werde nicht meine selbst gekauften Sachen der Hausverwaltung hier schenken. Das heißt, ich werde jetzt das Ding hier mal ausbauen oder zur Seite schieben, damit ich an die Schraube dahinter rankomme. Das gleiche gilt für da oben. Da oben sind nämlich auch noch zwei Schrauben hinter. Da müssen wir natürlich auch das Abschrauben oder abmachen, die Platine. Das ist sozusagen diese Abhörsicherung oder wie auch immer, dass sich genau schimpft. Oder mit Hörsicherung. Wo geht das? Da ist der Clip. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich kann leider nicht alles machen, weil ich wollte das jetzt hier natürlich unten auch noch festschrauben, aber ich kann leider keine Löcher in die Wand bohren. Jedenfalls nicht heute. Heute ist Sonntag. Ich habe hier eine Betonwand. Ich müsste mit der Hilti. Ich habe es versucht. Allerdings nur auf Bohren, aber ich werde definitiv auf den Sonntag nicht hier mit Schlag. Auch wenn es nur zwei kleine Löcher sind. Aber mache ich trotzdem nicht. Das mache ich einfach morgen, aber trotzdem, dann ist das Video schon mal für euch fertig. Jetzt noch zwei ganz kleine oder eher größere wichtige Hinweise. Es gibt hier eine wunderschöne Anleitung. Komme ich gleich nochmal dazu. Aber ich hatte euch ja gesagt, dass bei dem alten, das hier oben, ist diese Mithörsperre. Und das müssen wir jetzt sozusagen bei dem, bei dem neuen ist das natürlich alles ein bisschen, ja, alles auf einer Platine. Relativ ein bisschen, oder relativ einfach. Und hier gibt es sozusagen diesen Hinweis, ja, da ist dieser Jumper S5. Und den machen wir jetzt einfach auf diese Mithörsperre an und dann ist das Ding schon fertig. Und was ich richtig cool finde, ist, dass es eine Anleitung gibt, also beziehungsweise in der Anleitung gibt es einen super einfachen Schaltplan. Das hier war ein HT611. Und jetzt ist es hier genauso. Ich blende euch hier mal kurz diese Anleitung ein. 611 hatte ich vorher und jetzt habe ich diesen 811. Jetzt brauche ich einfach nur gucken, ah, 9, 1 geht auf die 9, die 12 auf die 12, die 11 auf die 11. Hier bräuchte ich auch nochmal eine Brücke, so wie es vorher auch schon gewesen ist. Und dann kommt die 10 daran. Das heißt, es verändert sich eigentlich nichts wirklich und deswegen ist das alles so super einfach. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Das heißt, ich werde jetzt jede einzelne Ader abisolieren, dann anklemmen und dann später werden wir die Kabel natürlich noch so ein bisschen nach eine kleine Schleife legen, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Die kleine Brücke werde ich mir einfach aus dem alten, oder was hier auch noch übrig geblieben ist, aus dem Zeug, werde ich mir einfach ein Stückchen rausschneiden. Und dann mache ich da eine kleine Brücke und dann ist gut. Ich bin einer Brücke. Ich bin einer Brücke. Ich bin einer Brücke. Und dann bleibe ich mir einfach. Ich bin einer Brücke. Bis zum nächsten Mal. Ein Tag später, ich habe jetzt die beiden Löcher endlich bohren können und das Ding ist jetzt wirklich bombenfest und jetzt werden wir uns darum kümmern, dass wir alles zusammenbauen. Der Zusammenbau ist jetzt wirklich mega einfach, weil wir haben nur noch diese eine Blende und hier hinten ist alles drauf, also wir müssen jetzt hier nichts mit Kabeln irgendwie rumfummeln. Ich finde diese Lösung, so wie sie jetzt hier ist, wirklich perfekt. Hier haben wir die ganzen Pins und die kommen jetzt sozusagen hier in diese kleinen Löcher rein. Das heißt, einfach nur noch oben ansetzen. Fertig. Das war es schon. Mehr ist es nicht. Jetzt werden wir natürlich noch das Kabel hier reinpacken. Zack. Und jetzt ist das ganze Teil schon zusammengebaut. Das passt optisch generell viel, viel, viel schöner hier rein und vor allen Dingen ist es auch viel, viel moderner. Wenn man jetzt hier wirklich mal den 1 zu 1 Vergleich macht, mal abgesehen, dass das jetzt wirklich extrem schon dreckig und eklig ist, muss man schon fast sagen, habe ich aber bei dem auch noch mehr Möglichkeiten. Ich könnte theoretisch jetzt das Licht im Flur anschalten. Diese Funktion habe ich hier leider nicht. Allerdings kann ich, und das ist mir ganz wichtig, denn ich habe hier nämlich auch, ja, Schulkinder, die hier langlaufen und die schaffen es dann doch ab und zu mal einen Klingelstreich zu machen. Und ich kann es jetzt einfach komplett ausschalten. Und ich kann euch das kurz vorführen. Erstmal jetzt nur mit oben, ja, ich kann jetzt hier klingeln oben, da passiert nichts. Wenn ich das anmache, hört ihr das und wenn ich jetzt noch lauter mache, ist es noch lauter. Ich werde auch gleich von unten aus klingeln. Vielleicht können wir ja auch den Sommer hören. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Sommer hören konntet. Das werde ich dann später im Schnitt sehen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt werden wir noch mal kurz von unten klingeln. Dann hört ihr auch, dass ich zwei verschiedene Ruftöne habe. Das eine ist nämlich der Anschluss 10 und das andere ist der Anschluss 7. Und dann gibt es noch einen weiteren Anschluss und das müsste G sein. Das ist so eine kleine Melodie, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mich jetzt an meine beiden Klingeltöne gewöhnt. Die bleiben auch so, wie sie sind. Ich habe jetzt gerade eben mal mit Musik getestet, ob die Gegensprechanlage funktioniert. Und ja, ich konnte unten wirklich ganz klar und deutlich die Musik erkennen. Das habe ich euch nicht eingeblendet, falls es Probleme gibt wegen der Musikrechte. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich höre den Vogel zwitschern und ich höre kein Gerausche mehr. Das habe ich vorher nicht gehabt. Also wenn überhaupt, war ich schon glücklich, dass ich überhaupt jemanden verstanden habe. DHL oder so was oder Paketboote oder so was. Da war ich ja schon froh, wenn ich das irgendwie entziffern konnte. Ich habe jetzt ein glasklares Signal, einen glasklaren Ton. Megageil. Okay, ob das jetzt an dem Telefon lag, dass es generell einfach kaputt war. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass das nicht mehr ganz gut funktioniert. Dass ich das deswegen ja auch weg haben wollte. Nicht nur, weil es eben hässlich und dreckig ist. Das hat man sauber machen können. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Das war auch der Grund, warum ich es nie sauber gemacht habe. Weil ich immer eigentlich schon dabei war, mir irgendwas zu überlegen, ob ich hier was Neues mache oder nicht. Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen kann oder soll oder werde oder schon gesagt habe. Aber ich bin wirklich mehr als zufrieden und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist nicht nur ein Vorteil oder ein optischer Vorteil, sondern auch, dass ihr wirklich sagen könnt, ich will meine Ruhe haben. Es gibt ja Leute, ich habe früher auch im Schichtdienst gearbeitet. Ich habe früher Nachtschicht gehabt. Da habe ich bis 13, 14 Uhr gepennt und dann hat hier irgendjemand geklingelt. Oder wie gesagt Klingelstreich. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Aber gut, ich lasse das jetzt mal so auf der mittlere Stellung. Oder mittlere Stellung, so ist es ganz okay. Das war es auch mit diesem Projekt. Eine Sache noch kurz für euch als kleiner Hinweis. Das war jetzt so ein kleines Vorprojekt hier zu Hause. Es geht noch weiter hier so in diesem Bereich. Hier wird auch noch ein bisschen was erweitert, aber ich will nicht zu viel verraten. Auch mit der Tür geht noch ein bisschen was. Da kommt demnächst auch noch mal ein kurzes, kleines Video, um so kleine Vorbereitungen zu machen für ein etwas größeres Projekt. Das hat jetzt nichts großartig mit Bauen oder Basteln oder mit irgendwas in der Werkstatt zu tun. Wie gesagt, im Moment kann ich nicht so oft in die Werkstatt oder beziehungsweise ich habe einfach im Moment nicht die Zeit. Ich muss relativ viel derzeit von zu Hause machen. Und deswegen, wie gesagt, lasst euch überraschen. Abonniert den Kanal, aktiviert auch die Glocke und dann kriegt ihr sozusagen sofort eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online gekommen ist. Und ihr könnt euch darüber freuen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.